Wir freuen uns ab sofort wieder persönlich für Sie da sein zu können. Es bleibt jedoch weiterhin das Ziel, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Dabei bleibt die Vorsicht bei direkten Kontakten zu anderen Menschen die wichtigste Maßnahme. Damit Sie uns sicher besuchen können, gelten daher folgende Hygieneregeln. 1. Bitte treten Sie nur einzeln ein und beachten Sie den Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern. 2. Bitte tragen Sie einen Mund- und Nasenschutz und denken Sie daran, in die Armbeuge zu husten. 3. Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände beim Betreten des Kundencenters und nutzen Sie dafür unseren Desinfektionsmittelspender im Eingangsbereich. 4. Um die Abstände einhalten zu können, müssen wir die Anzahl der Kunden, die sich gleichzeitig bei uns aufhalten, leider beschränken. Daher bitten wir Sie, uns alle Anliegen, die nicht zwingend einen Besuch bei uns erfordern, möglichst online über unser Kundenportal, per E-Mail oder telefonisch zu übermitteln. Und nutzen Sie für die Abgabe von Dokumenten bitte unseren Briefkasten. 5. Passen wir also gegenseitig aufeinander auf und sorgen wir so dafür, dass wir alle gesund bleiben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 7. Bis zum nächsten Mal. Jedehclehпри 9...